willkommen in der nottenplätze scheune mein name ist blogs freunde anders blog star und freunde ich habe euch am 31 juni 2020 ein video vorgestellt zu diesem schmucken dinge mirage 2000 von kubi das hat 5801 und damals war meine kern noch sage was gehört zu frankreich wie baguette käse rotwein und tim und struppi genau delta flügel und deswegen wird es zeit euch mal wieder eine mirage vorzustellen die 2000 hatten wir schon was machen wir denn da kubi sehr dank kann ich euch heute die 5818 die mirage 3c vorstellen auch aus der das aviation lizenz aus der armen forstes reihe und genauso farbenfroh wie dieses stück hier freunde kommt mit überschalt jetzt hier auf meinen bautisch ja freunde da haben wir den export lager der franzosen das hauptflugzeug damals der armee der mirage 3c die 5818 von kubi aus der abend forstes serie im maßstab 1 zu 48 auf den bautisch 444 steinchen schön das hellblau für die düsenjäger unser weißer balken oder trapez oder dreieck oder engel wie auch immer man es nennen möchte und schön ein hintergrundbild dass die geschwindigkeit dieses über mach je gas ja so richtig darstellt schauen wir uns aber gleich mal die rückseite an was wir da noch finden nämlich hier die fakten die bekommt ihr gleich wir sehen hier das flugzeug mit dem stand wir sehen dass es fast 30 zentimeter lang ist und zwölf zentimeter hoch wieder einen schönen stand bitte sein schönes bedrucktes typen schild und deswegen noch mal kurz schauen die spannweite haben wir hier 17,5 zentimeter ist ja auch ein delta flügler und was für einer richtig schönes gebautes tarnmuster und viele prints denn kubi hat ja alles pet printed so freunde mirage mirakel zauberei das mache ich jetzt auch ich hexe hier gleich den innert auf den karton und dann schauen wir uns an was sich da alles versteckt an schönen kubi klemm baustein ja freunde da haben wir den inhalt auf den karton gehäxt die schöne anleitung jetzt hier kein hintergrund sondern schön schwarz kommt aber gut daher da wir einen tollen farbigen flieger haben ganz wichtig natürlich kommt dieses flugzeug in lizenz von das aviation und da sehen wir jetzt auch noch mal ganz groß pet printed sonst ab 7 die altersempfehlung eine traurige zwiebel der grüne punkt captain planet der blitze schießt ein feile monster ein löwe und so weiter und so fort und ganz wichtig in der eu auch gedruckt die anleitung ist fast wieder vier klammer gebunden schauen wir uns gleich an viel wichtiger wir haben zwei tüten wir haben ja auch nur 444 steinchen also haben wir zwei bauabschnittstüten gruppierungen da drin haben wir mehrere tüten gute kubi steine wenn ihr noch nie ein video gesehen habt ich zeige euch die steine jetzt nicht einzeln hier denn kubi steine sind mit das beste was es an klemm bausteinen gibt auf den markt werdet ihr aber gleich sehen wenn ich später euch das fertige modell zeige also zwei bauabschnitts gruppierungen wunderschöner kubi steine jetzt sehen wir hier wenn wir die tüten rauswerfen wann wo das hat denn hergestellt am vierten achten 2022 um 15 33 in der kubi fabrik so kommen wir zu anleitung die ich euch ja gerade schon getest habe kubi anleitungen wie folgt hier haben wir die tüte 1 diese hier die bauen wir zu ende was wir bauen ist farblich was gebaut wurde ist so farb insaturiert so grau was wir wo anlegen müssen werden zeigen uns rote pfeile auch manchmal welche wenn wir es drehen müssen wir sehen hier in den kästchen immer welche steine wir brauchen wir haben auch hier anlegehilfe für eine einmal dreier teil oder hier müsste es eine einmal achter teil sein da können wir also anlegen wenn wir uns nicht sicher sind dann haben wir insgesamt freunde über 80 bau steps 87 und hier steht b das hat damit zu tun dass wir hier das fahrwerk in dem flugzeug nicht versenken können wir können es nur einmal mit eingezogenen fahrwerk bauen und hier vorne da bauen wir es mit ausgeklappten fahrwerk also können wir uns entscheiden wie wir es bauen wollen ich werde es wahrscheinlich mit fahrwerk bauen und können jetzt einmal auch vom stand runter nehmen finde ich ganz gut dann sind wir also fertig theoretisch in unserer variante mit fahrwerk 77 79 verwirrend der stand ist ja noch da also 87 bauschritte egal die letzte seite dann immer die teile übersicht also die steine die wir verbaut haben wir haben diesmal hier keinen richtigen piloten dabei sondern wieder nur so ein torso mit ärmchen und kopf und helm und dann die letzte seite schön werbung und freunde ich kann euch versprechen jedes dieser flugzeuge werde ich euch noch vorstellen wie fehlt mir noch aber ich denke für unsere schweizer freunde müssen wir dieses modell hier noch mal in der schweizer version bauen die mirage 3s egal aber es geht jetzt erstmal hier um unsere französische die 3c freunde viel spaß bei den fakten und mir viel spaß beim bauen speed bild zeit ist fakten zeit und freunde ihr kennt mich keine großen experimente wir sprechen heute über die mirage 3 beziehungsweise die mirage 3 hier in der c variante aber wir sprechen so ein bisschen generell über die mirage mirage steht ja französisch für luftspiegelung die mirage 3 beziehungsweise 3 ist ein einstrahliges jagdflugzeug des französischen herstellers das haute aviation es wurde in 32 varianten gebaut von denen einige bis zur gegenwart noch als abfang jäger und mehr zweckkampf flugzeuge im einsatz stehen nutzer waren oder sind die staaten wie pakistan argentinien australien brasilien israel der libanon schweiz spanien südafrika venezuela die vereinten arabischen emirate und natürlich die grond nation frankreich himself die das volt mirage 3 gehört zu den erfolgreichsten kampfflugzeugen die in frankreich entwickelt wurden sie wurde in mehreren versionen gebaut und konnte auch im export gute erfolge erzielen wie ich euch gerade ja schon aufgezählt habe eine große anzahl der noch heute im einsatz stehenden mirage 3 werden einem kampf wertsteigerungsprogramm unterzogen und somit in ihrer lebensdauer verlängert ihren ursprung hat die mirage 3 in der md 550 die später als mirage bezeichnet wurde also die mirage 1 dieses flugzeug absolvierte seinen erstflug am 25 juni 1955 und erreichte während der erprobung nach dem einbau eines zusätzlichen raketen motors bereits mach 1,3 der entwurf wurde komplett überarbeitet und mit der verfügbarkeit des neuen arta 1 o 1 g mit einer leistung von 44,48 knoten stand das geeignete triebwerk zur verfügung der prototyp startete am 17 november 1956 zu seinem jungferdflug die französische luftwaffe bestellte 10 vorserienflugzeuge mit der bezeichnung mirage a die mirage a erhielt das neue snagma atar 9b triebwerk das mit nachbeiner einen schub von 58,86 knoten erzeugte außerdem wurde im heck ein raketenmotor eingebaut die mirage 3 a01 erreichte bei einem ihrer flüge am 24 oktober 1958 doppelte schallgeschwindigkeit die erste voll operationsfähige variante war der allwetter abfangjäger die mirage 3 c die wir hier gerade zusammenbauen die dann im oktober 1960 mit dem cyrano 2 feuerlight radar und einen sepr 844 raketenmotor flog sie war die serienversion der mirage 2a und besaß zwei raketen und zwei 30 millimeter kanonen insgesamt wurden von der mirage 3 1422 einheiten gebaut ja freunde das waren ein paar fakten über unseren französischen delta flieger und wenn alles gut läuft werde ich euch demnächst noch mal eine mirage vorstellen denn wir wissen ja das ist von kobe auch noch eine version der schweizer luftwaffe gibt also drückt mir mal den daumen ihr braucht mir jetzt nicht die daumen drücken dass das video jetzt hier weiter geht denn das tut es nämlich mit dem review freunde euch viel spaß dabei nach einer stunde steht sie da unsere miragen 3c von kobe das hat 58 18 444 steinchen schwer eine stunde ist ein bisschen gelogen es war eine stunde 15 oder sowas aber eines der sätze die ich am schnellsten gebaut habe in der zeit mit 444 steinchen weil sie sich einfach so super hat bauen lassen freunde die steine sind über wir haben ja hier die problematik oder beziehungsweise die option problematik ist es ja nicht dass wir das flugzeug mit ausgefahrenen oder ohne fahrwerk bauen können und dementsprechend haben wir hier ein paar steine über ganz cool dass wir halt verschiedene farbige bügelperlen haben nicht nur den schwarzen ist er bei kobe auch immer ganz cool und wir haben es ja diesmal mit ausgezogenen fahrwerk gebaut da wir die mirage 2000 damals ohne fahrwerk gebaut haben das coole ist ich kann euch jetzt nämlich zuerst den stand zeigen weil ich nämlich das flugzeug hier einfach dann auf sein fahrwerk stellen kann ja der stand typisch hier vorne mit der zwei mal 6er plate bedruckt das sold aviation mirage 3c im maßstab 148 die französische tricolor und hier ganz schön der schwarze stand den wir mittlerweile für viele flugzeuge verwenden können diesmal lecker ich auch nicht rum warum kobe hier denn keine zwei noppen für die fliegerfigur hat denn wir haben ja keine wirkliche das ist übrigens das einzige was ich an den set ein bisschen blöd finde packen wir es an die seite aber im maßstab mit der größe ist das wohl nicht anders drinne da vorne haben wir unseren halben piloten ich blende euch noch mal ein und ihr könnt ja auch nachher schön bei den detail fotos sehen und freunde schaut man details wir haben hier sehr viele drucke da oben steht der motor was ich euch vorgelesen habe snack martha 9 ich habe glaube ich was von der 8 erzählt das ist das triebwerk wir sehen hier hinten obelix oder ein franzosen ritter oder was weiß ich kann es nicht so gut erkennen ja es ist ein musketier genau sein musketier da sehen wir ihn auf dem seitenleitwerk vom weiten von das aus wie obelix und hier haben wir die französischen hoheitsabzeichen und hier angedeutete bremsklappen und da sehen wir auch wieder französische hoheitsabzeichen und da die 10 dieses flugzeug wo das herkamen welche einheit das hört ihr gleich bei den detail fotos aber ich wollte es euch nur noch mal zeigen schön gebautes tarnmuster schöner delta flügler richtig cool mal andere farben halt aus ja jetzt würde ich gerade sagen wo es herkommt bleibt dran seht ihr gleich bei den zusatz fakten quasi bei den detail fotos aber ihr könnt euch ja denken dass das hier wüsten tarn ist das sieht man schön auch gebaut dieses ja gebaute fahrwerk ist ausgezogene fahrwerk hier mit diesem typischen einmal einsatz von kobi der oben wie unten ja keine noppe hat so und hier unten ist es dann einfach rein gesteckt ihr seht das finde ich aber eine gute baulösung und sieht vor allen dingen auch so massiv aus und dann hier cool auch die gebauten zusatztanks so geht das übrigens wenn ihr euch das video mal anguckt zu meinen starfighter von blue bricks da sind die mir immer abgefallen so geht es so kann man es machen schön gebaut richtig coole lösung deswegen auch hier doppelter bauspaß bei diesem kubi set da seht ihr es ja auch noch mal hier vorne wird das einfach drauf gedrückt dieser zweimal zahl brown brick mit dieser diese mehreren dann haben wir hier natürlich raketen und von unten hier das gebaute fahrwerk was wir natürlich theoretisch auch schnell abnehmen können aber ich lasse es jetzt so wie gesagt ich habe jetzt beide versionen beziehungsweise zwei mirage eine mit eingezogenen ein mit ausgezogenen ich muss sagen der flieger gefällt mir richtig gut das flugzeug hier hinten noch mal der motor auch schön gebaut angedeutet hinten einfach durch die schwarzen bricks dass wir da das triebwerk haben sonst nämlich eigentlich nichts ihr seht es aber trotzdem cool gebautes seitenleitwerk alles gebaut wenig formteile bis auf natürliche die spitze und die kanzel sonst für kobe verhältnisse wenig vorteil formteile viele kobe teile und einfach der flügel ich mag der flügel sie sehen einfach cool ausschnittlich schnell und ich muss euch sagen ich habe früher viel viel frankreich urlaub gemacht mit meinen eltern an der atlantikküste und dort in der nähe muss auch ein französischer fliegerhorst sein denn diese dinger sind ganz tief über das meer am strand geballert ich gehe mal stark davon aus dass es mirag waren ich bin ja kind der in dieser zeit als diese aktiv oder sehr aktiv genutzt wurden auch ja groß geworden deswegen können das eigentlich nur mirage gewesen sein ich freunde sechs minuten ich habe eigentlich alles gezeigt außer hier natürlich noch das querruder oder höhenruder wie auch immer das cockpit hier ich mache es doch noch mal ganz kurz ab ist halt auch komplett bedruckt wie alles ich meine das brauche ich jetzt mittlerweile bei kobe ja eigentlich gar nicht mehr erzählen so da haben wir das cockpit ist es schön gebaut wir legen die figur eigentlich nur rein weil wir haben wir keine noppen und figur ist naja das stichwort es ist ja nur so hier naja jetzt habe ich euch so dann brauche ich nicht dieses kleine arme würstigen mit den armen hier von oben so reingehangen aber er schaut freundlich hat einen schönen weißen anzug und seinen fliegergurt jetzt ja und die spitze da gab es ja bei der mirage 1000 bisschen probleme hier stecken wir einfach nur so rein dann die spitze einfach hier so drauf da gibt keine probleme und dann bisserl müssen wir es noch so drücken zack zack und schon passt alles also alles cool und woher freunde jetzt gehen noch in schweizer landesfarben dann weiß ich gar nicht wohin mit meinem glück spaß gemacht spaß gemacht zu bauen da auch noch mal hier rote einlässe an den triebwerken hier vorne heiß heißes teil ja euch jetzt viel spaß bei den detail fotos dann erzähle ich euch wo dieses flugzeug stationiert waren und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen und freunde da habe ich eine kleine überraschung für euch ja freunde wie versprochen noch ein paar fakten zum genauen zuordnung des flugzeugs wohl in welcher einheit das flugzeug gedient hat es ist ein sehr beliebtes plastik modell es gibt viele hersteller die genau diesen typ so angeboten haben und auch die kill hersteller bieten diese lackierung diese beklebung an und zwar halten es sich um die mirage 3c nummer 87 des escadrille 3 10 vaccine detachment er 188 der französischen luftwaffe in djibouti afrika im oktober 1984 und das staffelabzeichen der einheit ist wirklich ein musketier passend zur französischen geschichte und auch djibouti viele französische armebasen gibt es heute noch in afrika ja freunde das waren meine erweiterten fakten viel spaß jetzt bei den letzten worten ich habe freunde da ist das video leider schon zu ende und ich lache weil ich fröhlich bin das ist hier kein grund zur traurigkeit ich habe extra zur abschluss feier hier alle meine vier französischen flugzeuge die ich auf diesem kanal gebaut habe euch mal präsentiert quasi eine abschlussparade die fantastischen vier meiner französischen flugzeuge legt fantastique cadre von kubi vom blogs unsere morance unsere dem motor die eben gerade vorgestellte mirage 3c und die mirage 2000 kann ich euch alle nur ans herz legen natürlich meine videos oben auf dem ii und vor allen dingen auch als set denn es lohnt sich wirklich mal über den teller anzugucken sich geschichtlich mal zu informieren sich mal die ganzen fakten reinzuziehen ich hoffe meine videos sind ein bisschen eine hilfe es muss nicht immer die dreifzig semester schmidt die 80 des mit feuer oder der zwölfte mustang sein freunde aber das ist nur meine meinung wichtig ist ja auch eure schreibt mir die bitte unten in die kommentarspalte würde mich freuen da wissen wir immer eure meinung zu schmecken in diesem sinne immer eine gute zeit schaut ruhig mal in den himmel dann gibt es immer viel zu sehen tolles wetter sterne stern schnuppen ufos oder halt ein tolles flugzeug in diesem sinne nochmal euer freund der blogs da auf wieder bauen